so mein lieben es geht hier weiter mit dem nächsten interview und heute zu gast darf ich begrüßen die liebe petra birr hallo petra schön dass du da bist hallo ich grüße euch ja wir haben uns gerade so ein bisschen schon unterhalten sind die ein oder anderen themen schon aufgetaucht und ich würde sagen da gehen wir gleich direkt rein und für euch da draußen kurze einleitung die liebe petra ist gründerin und leiterin der akademie für ernährung und dozenten und auch wenn man jetzt auf deine seite geht da entdeckt man was wenn man ein bisschen genauer hinguckt bzw kurz wartet und zwar eine eule und lass uns doch mal da einsteigen weil ich das ganz ganz ersten süß findet und zweitens ganz spannend was dahinter steckt erzählst du mal ganz kurz was über die akademie was ihr dort genau macht und dann schlagen wir so den bogen zu dieser kleinen rollen okay na gut wie weit darf ich jetzt ausholen vielleicht erst mal zur eule weil ich glaube die leute haben das jetzt ein bisschen im kopf was da jetzt groß ist mit dieser eule ich habe dieses logo gewählt weil ich es ein sehr schönes symbol finde dafür es ist ein tier was im dunkeln sehen kann und mit unseren also und mit unseren ernährungs und gesundheitsinformationen ist es ähnlich wir müssen im dunkeln sehen lernen um gesund zu bleiben und uns die information ziehen und da bin ich gregor total dankbar dass er hier sowas maximales auf die beine stellt damit jeder an diese informationen kommt und im prinzip ist es auch mein wie soll ich sagen meine grundtätigkeit menschen die gesundheitliche probleme haben fitter werden wollen einfach den weg der natur wieder zu erkennen und da gibt es viele stolper stellen wo wir fehlinformationen haben wo es ist auch ein bisschen ich biete ja ausbildung an zum ernährungsberater speziell in richtung naturbelassene kost und da ist es oft schwierig also wir ich begleite das dann auch über mehrere Monate sind wir dann zusammen connected mit den ganzen informationen wie reagiert denn mein körper wenn ich jetzt besser esse wie soll ich dann sind es jetzt symptome ist das eine krankheit was macht ihr denn also es geht darum die ursprüngliche gebrauchsanweisung unseres galaktischen körpers wieder neu zu entdecken das klingt spannend das klingt super spannend und da kommt direkt eigentlich so die frage in mir auf so was ist denn das problem mit unserer näherung jetzt plötzlich also wo soll ich jetzt anfangen soll ich vom urschleim anfangen ok wenn das wenn das sinn macht dann bitte also das problem in unserer ernährung ist wenn man das jetzt mal evolutionstechnisch betrachtet dass unser körper sicher entwickelt hat im einklang mit der natur also da hat ja die evolution stattgefunden über sehr viele millionen jahre und dass die veränderungen in ihrer in unserer grundnahrungspalette sehr sehr neu sind wenn man sich das jetzt mal genetisch betrachtet also vom schimpansen genetik vom schimpansen zu unserer genetik was würdest du krieger denken wie viel prozent gibt es unterschied in der dna von schimpansen zu menschen schätze mal mein ego sagt mir nicht so viel wenn ich jetzt aber schon auf die frage eigentlich vielleicht 70 prozent 60 identisch wenn zu vielleicht vielleicht identisch also es sind 99,4 prozent wo unsere dna identisch ist mit dem des schimpansen das ist unfassbar man kann es nachlesen es gibt da auch studien drüber paläopathologie entwicklung der krankheiten und so weiter und man kann ja jetzt sehr genial schon in das genom reingehen und das fügt sich dann wie durch zauberhand zusammen und dann kann man die schnitzel die nicht passen wiegen und so weiter also es ist wirklich interessant was bedeutet das für uns dass unser stoffwechsel der ja so komplex programmiert ist diese ganzen vorgänge die automatisch ablaufen wo ernährung halt ein großer baustein davon ist kann man auch denken dass wir vielleicht noch sehr viel besser an die natur angepasst sind wie der wie das wild lebende tier als wir denken und die grundnahrungsmittel die sich im prinzip in unserem in unserem ernährungsstrang so als letztes grob verändert haben war halt übergang jäger sammlerdasein zur selbsthaftigkeit also ackerbau viehzucht früher waren wir nomaden und haben uns von dem annähert was in der natur ist aber ihr müsst jetzt keine angst haben dass wir jetzt wieder nomaden werden müssen um gesund zu sein oder so sondern einfach nur mal die grundnahrungsmittel auch in frage zu stellen was ist denn mit getreide tut uns das wirklich gut was ist denn mit regelmäßig tierischen produkten in der natur war es nicht so vorhanden es bedeutet nicht dass es nicht da war aber aber die tierzucht und regelmäßig milch und wurst und fleisch und so zur verfügung zu haben daran ist vielleicht unsere programmierung und unsere enzymproduktion die wir ja zu verdauen brauchen vielleicht nicht richtig ausgelegt einfach nur mal fragezeichen ja also wenn ich dir erzähle was bei mir passiert wenn ich ein brötchen ist lehnt es mir erst mal ganz gut auf wie so ein luftballon also dass das versuche ich zu vermeiden aber auch da kommen wieder so sachen rein wie da ist ja auch kohlenhydrate das ist das macht wiederum auch irgendwie süchtig sucht potenzial und sowas okay das heißt wir essen heute um das zusammenzufassen anders als unsere vorfahren und wir sind doch affen ähnlicher als wir als der ein oder andere vielleicht gerne hätte aber auf der anderen seite erklärt es natürlich einiges an verhalten was gerade so manchmal einem über den weg läuft gut und naja aber jetzt jetzt was ist dann jetzt irgendwie die die lösung oder was ist denn das problematische daran wird klar unsere entwicklung unsere ernährung hat sich jetzt verändert da könnte man sagen naja wir haben uns halt unsere ernährung modernisiert wir verbessern auch alles andere vielleicht ist die ernährung ja auch einfach besser geworden wieso wieso geht das nicht natürlich das würde schon gehen es wäre cool wenn es passt aber guckt doch mal die erkrankungsraten der der normalen bevölkerung an warum stirbt die hälfte der menschen an einer herz kreislauf erkrankung mit mit der hälfte oder einem drittel der normalen lebenserwartung wenn das jetzt passen würde und wir alle uns gleich ernähren und es hätte keinen einfluss auf unsere gesundheit dann würden ja die statistiken nicht so aussehen weißt du wenn das jetzt ein mäuse experiment wäre dann würde man sagen was hast du denen denn zu essen gegeben was ist denn da los und ich glaube so lebenserwartung ist bei solche tieren immer so sieben mal das alter bis zur vollständigen entwicklung das ist bei uns so ungefähr zwischen 90 und 120 jahren was vorgesehen wäre und guckt doch mal auf die straße wie die leute alle rumkrabbeln das kann doch nicht normal sein ist doch einfach es ist ja offensichtlich aber es wird uns als normal verkauft und es gibt halt viele interessante sachen man muss jetzt nicht komplett jetzt nur noch roh essen oder naturbelassen oder so aber ein paar sachen die sehr schwer ins gewicht fallen die man auslassen kann beziehungsweise ersetzen kann durch besondere sachen und darauf habe ich mich ein bisschen spezialisiert dann lass uns doch mal da direkt reinspringen so was was ist dir am meisten so ein dorn im auge wenn du auf unsere leute guckst ein dorn im auge dass im prinzip die industrienahrung also die industriell verarbeitet wird auch mit guten produkten vielleicht als quelle dass die nahrung so leer geworden ist durch die ganzen produktionsprozesse aber dafür angereichert mit vielen stoffen und so weiter womit wir gar nicht umgehen können also der erste schritt ist schon mal also hier etwas zum beispiel selbst gekocht was die natur gegeben hat ist tausendmal besser als selbst in die mikrowelle geschoben es gibt so ein hype die letzten jahrzehnte einfach durch diese industrialisierung der nahrung und da kann man schon mal ansetzen weil unser körper ja bestimmte substanzen essentiell braucht die in den naturbelassenen sachen drin sind aber die herausgenommen werden weil sich dann das produkt besser verarbeiten lässt zum schaden unserer gesundheit weißt du wie ich meine ich denke ich verstehe was du meinst naja damit es länger haltbar ist oder 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 besser in maschinen verarbeitet werden kann fruktose sirup und diese ganzen sachen da schreit die bauchspeicheldrüse einfach und es ist fast überall drinnen fertig produkten also das ist das erste und das nächste ist dass das wasser thema einfach unterschätzt wird weil wir sind wir brauchen viel wasser für die ganzen stoffwechsel prozesse und man unterschätzt das einfach und konsumiert dann viel kaffee tee und so weiter das ist auch nicht schlimm bloß man darf nicht vergessen dass viele sachen auch dem körper als sag ich mal flüssige matrix dann auch durch kaffee oder tee oder isodrinks und so weiter wasser entzieht und wenn man das ausgleicht hat man auch schon mal einen bomben gesundheitlichen vorteil das heißt für leute die jetzt irgendwie sagen habe ich mag doch um die warme sachen trinken ist es dann eine alternative einfach abgekochtes wasser mit was nicht zitrone zu trinken kann doch in warmes zitronenwasser jetzt zum beispiel oder mit ingwer das ist doch alles lecker oder tee oder so überhaupt also ich glaube also wenn du mich jetzt immer nach einer klassifizierung fragen würdest also die industrieprodukte erst mal minimieren beziehungsweise weglassen ist für mich der erste punkt und das zweite ist halt auf die hydrierung zu achten egal in welcher form jetzt und kaffee trinken oder isodrink oder irgendwelche speziellen sachen es ist halt kontraproduktiv und man denkt man trinkt jetzt was aber wasser nimmt da wirklich eine sonderstellung ein und da verbessert sich schon so so viel das ist ist unglaublich also du hast jetzt ganze akademie für ernährung gegründet das macht man ja nicht so einfach so aus dem bauch heraus beziehungsweise also ohne grund sowas was war denn dein grund dafür dass du jetzt so tief in das thema ernährung eingetaucht bist und gesagt dass ich möchte nicht nur mir irgendwie damit das gutes tun sondern anderen leuten auch also was war da der auslöser dafür also der auslöser war für mich dass ich mit 20 jahren sehr krank war ich hatte räume und ganz viele hautprobleme also es war wirklich so schuppig wie bei einem reptil und übrigens auch mein spitzenname bei meiner mama sie hat immer gesagt meine kleine reile ich fand das nicht so lustig auf jeden fall war ich da bei den ärzten und dann gab es da tierbilder und dann gab es da sein und es hat aber nicht geholfen und dann habe ich gesagt man ich werde jetzt nicht mein leben lang schmerzmedikamente gegen mein räume annehmen da muss es doch irgendwas anderes geben und dann bin ich durch literatur auf ein institut also auf ein forschungsprojekt aufmerksam geworden wo man versucht hat was passiert wenn die leute sich 100 prozent naturbelassen ernähren und ich konnte daran teilnehmen von 1992 bis 2002 und da haben wir nichts anderes gemacht keine anderen therapeutischen maßnahmen als die leute auf naturbelassene kost umzustellen und das war einfach mega geil das einfach zu sehen erstens mal war fruchtversand an also versand für naturbelassenen sachen dass wir die grundlage dafür haben da konnte ich da und da arbeiten und gleichzeitig die leute betreuen und zu gucken was passiert denn bei denen im kopf wenn sie jetzt auf einmal ihre liebe wurststulle nicht mehr bekommen es ist interessant alles wie das zusammenhängt und ja ich wollte eigentlich da nur kurz teilnehmen aber das war einfach so spannend dass ich dann jetzt endlich zehn jahre dort geblieben bin und das ist im prinzip die grundlage dafür gewesen erstens mal kennenzulernen was gibt es denn auf unserem tollen planeten alles für sachen die wir gar nicht so kennen gut dann gibt es immer regional saisonal und so weiter damit kann man auch gut leben aber für leute die wirklich krank sind da gibt es wirklich booster die man einfach nur kennen erkennen darf und lecker noch dazu ja wahnsinn und als ich dann da weg bin habe ich halt gesagt genau dass es ist unglaublich was an verjüngungsarbeit wir haben einen selbstheilungskörper wir müssen ihnen nur die möglichkeit geben das einfach zu machen es ist eigentlich gar nicht schwer sondern man muss es nur wissen und deswegen als ich dann zurückbekommen bin habe ich nach heilpraktiker ausbildung ernährungsberater und so ein bisschen bleiben dran gemacht ich wusste ja was ich sagen will ich wollte davon erzählen was da passiert ist und da habe ich dann 2005 die akademie gegründet und das ist echt ein ja das ist richtig toll einfach es erfüllt mich auch so die einfachheit weiterzugeben wenn man weiß wo die stolperstellen sind und wo ich sie so ein bisschen weiterleiten kann und sie sind ja dann die also meine teilnehmer sind ja dann die neuen gesundheitssternchen es muss ja unter die leute es ist so ein multiplikationsfaktor obwohl ich da jetzt nicht so am anfang dran gedacht habe aber ja die menschheit ist einfach so was von bereit jetzt mal an die wesentlichen wichtigen richtigen informationen zu kommen dass man da auch sich was aufbauen kann die leute wollen es wissen sie können dann auch selbstständig sein und so da bin ich ganz fasziniert immer von meinen süßen schüler merkst du dass es den leuten schwer fällt umzustellen dass du hast ja gerade von von der stelle gesprochen ich kenne das aus eigener erfahrung meine ernährungsreise wenn ich das mal so nenne geht jetzt auch schon seitdem ich 18 bin also schon 15 13 jahre und das ist manchmal gar nicht so leicht also ich merke zum ich komme immer wieder zu manchen sachen zurück weil es so einfach ist durch die stadt zu gehen und links und rechts becker zu sehen und also es ist sehr leicht sich nicht gut zu ernähren ja das ist eine herausforderung ist wirklich eine sehr große herausforderung und interessant ist auch dass unsere ernährungsgewohnheiten sehr tief in unserer psyche geprägt sind durch die kind durch die kindheit also in der natur ist ja immer so das kleine orientiert sich immer an der mutter und das was die mutter macht beziehungsweise die familie macht das gilt als richtig das ist wie ein prägestempel in unserer psyche und das macht es uns auch so schwer sich davon zu lösen beziehungsweise überhaupt erst mal den mut zu haben etwas neues zu entdecken obwohl man es logisch verstanden hat also da gibt es und da schafft dann halt die gemeinschaft dann in solchen ausbildungsgruppen eine ganz wunderbare basis dass man sich da gemeinschaftlich ein bisschen aus diesen ganzen sachen die im unbewussten ablaufen ein bisschen gegenseitig raus retten kann aber das ist definitiv eine herausforderung das heißt worauf du dich in der akademie spezialisiert hast und wo die leute auch zugreifen können das ist quasi vitalkost und rohkost vielleicht möchtest du das noch ein bisschen spezifizieren was das konkret heißt genau also in der akademie essen wir alles unter 40 grad also es wird nicht gekocht es wird zubereitet es sind alles naturbelassene lebensmittel und so jetzt mache ich das ja in einer video online version wo es dann auch immer jede woche eine praktische und eine theoretische hausaufgabe gibt dass man den geist füttert mit neuen informationen und aber selbst auch in sich in die küche stellt und ganz einfache praktische sachen ersetzen lernt die sonst unseren körper nicht so richtig seine arbeit machen lassen also zum beispiel ein darmschmeichler brot was sehr schnell selbst gemacht ist wenn man das rezept dazu hat oder eine mandelbutter oder lebenswurst das ist eine vegane variante von leberwurst zum beispiel also so praxis ich versuche es so praxisorientiert wie möglich zu machen ich bin jetzt nicht die gourmet rohköstlerin damit noch schnicki schnacki und so nee in die küche neues rezept ist besser als das was ich vorher gemacht habe zack bumm fertig so besser alltagstauglich und ja und dann gibt es mal dann video zur safu zum beispiel so natur früchte oder gemüse und so dass man da auch ein bisschen den horizont erweitern kann und bei den zubereitungen geht es mir wirklich darum jetzt zum beispiel eine cashew käse creme die ähnlich schmeckt wie ein joghurt und ich kann mir das machen und habe das dann für eine woche im kühlschrank dann ist man halt nicht so tangiert wieder das was man kennt zu kaufen als es wirklich praxisnah zu machen ja ich kann mir das gut vorstellen wenn man dann quasi auch noch das richtige umfeld dazu hat dass das einfach eine enorme unterstützung ist das heißt wenn wenn leute jetzt sagen okay ich finde das interessant irgendwie bis in den gesundheitlichen aspekt dazu und auch das naturbelassene wie wie kommt man da mit dir in den kontakt oder wie sind so eigentlich die ersten anlaufschritte bei dir call me baby ich könnte einfach an also ja ich habe eine internetseite petra-bio.de und da gibt es einen knopf mit ausbildung ich habe da auch erfahrungsberichte drunter verlinkt wo ehemalige teilnehmer ein bisschen sprechen sich selbst zu bewerben mir ist das irgendwie immer unangenehm aber ja guckt einfach auf die seite ich habe auch einen youtube kanal mit ein paar schnellen einfachen rezepten und ansonsten wenn ihr fragen habt schreibt mir eine e mail oder oder ruft mich einfach an ist die einfachste variante ich bin jetzt nicht so der verkaufsstrategie da irgendwie aber doch ich habe jetzt ein bonusprogramm immer zeitweise laufen wo die persönliche betreuung mit drin ist und der kurspreis ist auch noch mal günstiger also guckt da immer mal auf die seite und wenn das gerade läuft dann meldet euch da an dann sammle ich mir immer ein paar leute und wenn wir dann 15 20 leute sind dann starte ich so einen kurs und wir gehen halt die unterrichtsthemen gemeinsam durch das hat einen großen vorteil der motivation und auch dass ich dann immer direkt fragen kann ist es gut rüber gekommen wie hast du das verstanden hast du jemanden in deiner familie hast du da noch fragen und so also dass das so ein bisschen ist es anders als andere fernkurse wo du jetzt nur das unterrichtsmaterial bekommst und du musst dich dann da selbst durchquälen ja definitiv das macht sinn gesagt wenn da jemand ein bisschen auf die auf die finger guckt und man einfach direkt fragen stellen kann das ist natürlich ein immenser vorteil das findet man alles bei dir auf der seite youtube kanal gibt es auch und am besten klingeling bei dir durchklingen ich mache so ich nehme mir die links von dir packt das alles unter dieses video drunter das heißt für euch da draußen ihr könnt ganz einfach hier drauf klicken und kommt direkt zu den ganzen infos über die petra über alles was sie macht und könnt darum stöbern könnt euch anmelden ja was bleibt mir anderes zu sagen als petra erstmal danke weil das echt nochmal finde ich sehr interessant ist unterschiedliche perspektiven auf das thema ernährung kennen zu lernen und auch zu sehen da gibt es unterschiedliche herangehensweisen und es gibt halt auch gute lösungen so dass jeder für sich das passende nehmen kann und anwenden kann vor allem ja also es ist im prinzip ein bisschen wenn man so will trend befreit ja was ist denn die basis davon wie ist es so also diese diese natürlichkeit und was kann ich mir erlauben und kann trotzdem gesund bleiben und wie ist denn jetzt mein weg also man kann das individuell entscheiden was nehme ich mir jetzt davon wie ist denn mein innerer kompass wo was kann ich jetzt verbessern was sich gut anfühlt und es ist nicht so eine strenge geschichte du musst jetzt das und das und das machen sondern es ist einfach frei wenn man bestimmte informationen hatte man vorher nicht hatte und dann kann man selbst seinen eigenen weg wählen es lebe die freiheit die freiheit in diesem herzlichen dank für deine zeit und dass du dir die freiheit genommen hast hier zu sprechen dieser euch da draußen schaut euch das alles unter diesem video an alles liebe alles gute und bis bald ciao danke danke